Ja, es fällt mir ein bisschen schwer heute. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben viele Möglichkeiten vorgefunden. Wir waren in 2.45 Minuten wirklich dominant. Das haben wir gut gemacht. Ja, wenn man keine Tore erzielt, kann man keine Spiele gewinnen. Wenn man aus wenigen Möglichkeiten viel raus hat, gewinnt man Spiele. Heute ist es ein bisschen bitter. Aber ich glaube, auf sich tut uns das Spiel trotzdem gut, weil meine Jungs gesehen haben, dass sie konkurrenzfähig sind, dass sie Dominanz auch ausstrahlen können über Passspiel, über Passqualität. Es war soweit in Ordnung. Die Spieler sind selbst am meisten enttäuscht, dass sie heute nicht getroffen haben. Aber Gratulation an den Gegner.